Liebe Schwister im Islam, Aisha radiallahu anha überliefert, dass der Prophet alaihi salatu wassalam gesagt hat, من احداث في امرنا هذا ما ليس منه فهورات. Wer in dieser unserer Angelegenheit, das heißt in der Religion, etwas einführt, etwas erfindet, so wird es von ihm zurückgewiesen, abgelehnt. Dies wird überliefert von Bukhari und Muslim. Oder in Sahih Muslim wird auch eine andere Überlieferung überliefert, nämlich من عمي لعملن ليس لأمرنا فهورات. Wer eine Tat verrichtet, für die es von uns keinen Befehl gibt, so wird sie von ihm abgelehnt. Das heißt, sie wird von ihm nicht akzeptiert. Und diesen Hadith erwähnt der Imam Nawawi, rahimallah, als fünften Hadith in seinem Werk, Al-Arba'ina Nawawiya, die 40 Hadithe von Nawawi. Und die 40 Hadithe von Nawawi, also Imam Nawawi hat die extra so zusammengestellt, damit die Religion sozusagen umfasst wird. Er hat extra 40 Hadithe ausgewählt. Und diesen Hadith hat er ausgewählt aus einem besonderen Grund, weil er eine wichtige Grundlage in unserer Religion darstellt. Nämlich, er ist sozusagen die Waage, die äußere Waage unserer Taten. Äußere Waage im Sinne, die Äußerlichkeiten unserer Taten. Ob die Tat akzeptiert wird oder nicht. Allah sagt im Koran, Ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist da der Sinn, warum Allah uns erschaffen hat. Und wir als Muslime müssen uns die Frage stellen, wann wird unser Ibadah, wann wird unser Gottesdienst, wann werden unsere gottesdienstlichen Taten akzeptiert? Und hier haben die Gelehrten, Rahimumullah, zwei Bedingungen festgesetzt, die unbedingt vorhanden sein müssen. Das, was ich gerade erwähnt habe, ist die zweite Bedingung. Nämlich Al-Mutaba'ah. Das Folgen. Das Folgen von wem? Das Folgen des Gesandten Allahs. Sallallahu alayhi wa sallam. Und das ist die Bedeutung von dem zweiten Teil der Scheherda. Wenn ich sage, Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Was bedeutet das dann? Es hört sich so simpel an, aber das sind ganz, ganz wichtige Grundlagen, durch die sehr, sehr viele Menschen auf einen Irrweg gekommen sind. Vom Islam auf einen Irrweg. Was bedeutet es, wenn ich sage, Ich bezeuge Mohammed, ist der Gesandte Allahs. Was bedeutet das? Tasdikun fima akbar. Erstens, dass ich das für wahr halte, was er berichtet hat. Zweitens, Ta'atum fima amar. Dass ich ihm gehorche, in dem, was er befohlen hat. Und drittens, Ijtinabu manaha anha wa zajar. Und dass ich davon Abstand halte, mich entferne, von dem, was er verboten hat, und wovor er gewarnt hat. Und noch etwas. Und dass Allah nur so angebetet wird, wie er es gezeigt hat. Und das geht zurück auf diesen Hadith. Wer in dieser unserer Angelegenheit, das heißt in der Religion, etwas neu hineinführt, erfindet, so wird es von ihm abgelehnt. Wer eine Tat verrichtet, hier geht es um die Religion, für die es von uns keinen Befehl gibt, das heißt ein Befehl, es gibt zwei Arten vom Befehl bei uns. Einmal der Assel, die Grundlage, was ist das? Al-Amru yaqtadi al-Wujub. Der Befehl macht, führt zur Verpflichtung. Das ist die Grundlage. Es sei denn, es gibt äußere Unschiede, es gibt äußere, es gibt Hinweise darauf, dass es nicht als verpflichtend gemeint ist, sondern als istihbäb, erwünscht sein. Was ist wajib? Was bedeutet wajib? Al-wajibu al-mahkumu bi-thawabi wu fi fi'lii wa tarqi bil-iqabi. Das wajib, das Urteil davon ist, dass man einen Lohn dafür bekommt, wenn man es tut und wenn man es unterlässt, dass man Bestrafung bekommt. Ganz simple Sache in Usul al-Fiqr. Aber leider, leider in der heutigen Zeit nicht von die, weiß das nicht jeder Muslim. Ihr habt es mit Leuten zu tun, ihr merkt das im Bewusstsein. Betest du fünfmal am Tag? Boah krass, echt betest du fünfmal am Tag? Das ist so wie, echt, wie eine freiwillige Tat geworden. Weil sie nicht verstanden haben oder nicht verinnerlicht haben, dass das Unterlassen der Verpflichtung eine Sünde ist. Die Sünde ist nicht nur das, was Allah verboten hat, klauen, stehlen, vergewaltigen, morden. Sünde ist auch, etwas zu unterlassen, was der Prophet befohlen hat, was Allah im Koran befohlen hat. Und das was Mandub ist, weil man es tut, kriegt man eine gute Tat geschrieben und wenn man es lässt, kriegt man keine Bestrafung geschrieben. Das ist die Regel hier. Ganz simpel und einfach. Und wie gesagt, in diesem Hadith sagt der Prophet und das ist eine wichtige Grundlage der Religion und eine Bedingung dafür, dass deine Iberda angenommen wird, dass derjenige, der eine Tat hineinführt, in der Religion, was nicht dazu gehört, das heißt, womit nicht der Prophet gekommen ist, was nicht im Koran steht, so wird es abgelehnt. Und dann, andere Überlieferung, nochmal, wer eine Tat macht, für die es von uns keinen Befehl gibt, so wird es von ihm abgedehnt. Was ist der Unterschied zwischen der ersten Überlieferung und der zweiten Überlieferung? Die erste Überlieferung beinhaltet es kann jemand auch eine Akida, einen Glaubensinhalt einführen und beinhaltet Taten, wie beispielsweise und es ist der, der etwas einführt. Das zweite ist allgemein, der, der es einführt und der, der danach handelt, aber es geht um das Handeln, wer eine Tat verrichtet, für die es von uns keinen Befehl gibt. Wer ist schlimmer, der, der es einführt oder der, der einfach folgt, der, der es einführt. Denn der, der es einführt, was ist mit dem? Wer eine schlechte Sache verbreitet, der kriegt nicht nur seine, die Sünde geschrieben, was er gemacht hat, sondern auch die Sünde, von dem, der ihm folgt, bis Yomur Kiyama. Das ist ein wichtiger Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir reden müssen. Jetzt könnte jemand sagen, du hast gerade gesagt, der kriegt eine Sünde geschrieben, aber steht denn in diesem Hadith, steht dort etwas von Sünde? In dem Hadith steht nur, es wird von ihm abgelehnt. Stimmt's? Wenn dieser unsere Angelegenheit etwas einführt, etwas erfindet, so wird es von ihm abgelehnt. Wenn eine Tat, für die für uns keinen Befehl gibt, so wird es von ihm abgelehnt. Hier steht nichts von Sünde. Hier kommen wir zu einer anderen wichtigen Grundlage, die wir immer beachten müssen, liebe Geschwister. Wenn wir einen Sachverhalt im Islam erörtern, picken wir uns nicht einfach einen Hadith oder eine Eie raus, sondern wir nehmen zu dem entsprechenden Thema, zu dem entsprechenden Sachverhalt, alle Hadithe und alle Ayat und setzen die zusammen und kommen dann zu einer Schlussfolgerung. Das ist der Weg von Aalus Sunnati Wal Jama'ah. Ibn Tayyma Rahmallah sagt, Aalus Sunnati Yastadilun Thumme Ya'takidun. Aalus Sunna fordern erst Istidlal Was heißt Istidlal? Istidlal heißt Palabud Dalil Fordern den Dalil, den Beweis. Das heißt, die fordern erst den Beweis, das heißt, die suchen nach den Beweisen Thumme Ya'takidun und dann glauben sie. Wa Aalul Hawa Ya'takidun Thumme Yastadilun und Aalul Hawa die glauben erst und dann suchen sie nach dem Beweis. Das heißt, die suchen nach dem Beweis für das, woran sie sowieso schon geglaubt haben. Wie du beispielsweise eine Gruppe hast, die sagt beispielsweise, nach dem Propheten Muhammad a.s. kommt noch ein anderer Prophet. Der heißt Mirza Ghulam Ahmed. Der kommt nach ihm. Dann sagst du ihm, Allah sagt doch im Koran. Ma kana Muhammadun Aba ahadim rijalikum wa alaykana Rasulallah wa khatam Nabi in Surah 33 Vers 40. Muhammad ist nicht der Vater einer eurer Männer, aber der Gesandte Allah ist und das Siegel der Propheten. Und der Prophet a.s. in der Hadith Mutawatir drückt er aus, dass er der letzte Prophet ist. La Nabi Abadi Es gibt keinen Propheten nach mir. Er sagt zum Beispiel, es wird ihm diese Umma 30 Lügner geben. Alle werden behaupten, dass sie ein Prophet sind. Okay. Wenn wir an einen Propheten nicht glauben, haben wir Kuffer begangen. Richtig. Wenn wir an einen glauben, der kein Prophet ist, dass er Prophet ist, haben wir Kuffer begangen. Okay, liebe. Okay, Allah. Allah ist Gesandter. Was ist jetzt die Lösung? Wie finden wir jetzt raus? Es gibt 30, die behaupten, dass sie ein Prophet sind, die der Umma kommen. Gesandter Allah, es gibt uns die Lösung. Der Gesandter Allah hat uns die Lösung gegeben. Er hat gesagt, wa ana akhirun nabi'in la Nabi Abadi Ich bin der letzte Prophet nach mir, wird es keinen Propheten geben. Das heißt, wir wissen, jeder, der das behauptet, ist was? Es ist ein Keddeb. Es ist ein Lügner. Es ist ein Lügner. Es sagt doch, Keddebune Talethun oder Dejjalune Talethun. Lügner, 30 Lügner, die behaupten, dass sie Prophet sind. Ich bin der letzte Prophet. Was sagen die dann? Ja, bei Isabel und Mariam kommt ja noch wieder. Dann sagen wir, heißt euer Möchtegern-Prophet Isabel und Mariam oder heißt der Mirza Ulam Ahmed? Das ist ein Beispiel davon. Ein Beispiel. Das heißt, diese Leute suchen nach einem Beweis. Jetzt kommen wir zu unserem Punkt wieder zurück. Was haben wir gesagt? Ich werde gefragt, hier in dieser Grundlage, in diesem Hadith steht nicht, dass derjenige, der das macht, der etwas in der Religion erfindet, bestraft wird. Stimmt oder? Stimmt. Hier steht nur, dass die Tat abgelehnt wird. Okay. Dann haben wir gesagt, wir müssen nach allen Beweisen im Koran und in der Sunna suchen. Erstens. Ist es nicht schon schlimm genug, wenn Allah uns erschaffen hat, um ihm zu dienen? Wenn wir Taten verrichten, von denen wir glauben, dass sie uns Allah nähern und die werden von uns gar nicht akzeptiert. Das ist schlimm genug. Zweitens. Es gibt andere Überlieferungen, die zeigen, dass dies eine gewaltige Sünde ist. Zum Beispiel das, was der Prophet in jeder Freitagspredigt so gut wie in jeder Freitagspredigt gesagt hat. Was hat er gesagt? Und die übelste aller Dinge sind die Erfindungen in der Religion, denn jede Erfindung ist eine Bida, eine Erneuerung und jede Erneuerung ist eine Irreführung und jede Irreführung führt ins Höllenfeuer. Sufjan al-Thori sagt, die Bida ist beim Iblis beliebter als die Masia, als die normale Sünde. Denn die Masia, von der macht man Taube, aber von der Bida, von der Erneuerung macht man keine Taube, keine Reue. Taube, dass ich etwas bereue, dass ich sage, ich habe einen Fehler gemacht, oh Allah, vergib mir und man nimmt sich vor, das nicht mehr zu machen. Der, der Alkohol trinkt, der weiß, das, was er macht, ist schlecht. Und er sagt, ich muss irgendwann aufhören und vielleicht hört er auf damit. Aber der, der eine Bida macht, der zum Beispiel sich an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort trifft, im Kreis dreht und Allah auf eine bestimmte Art und Weise versucht, näher zu kommen, der glaubt, dass das, was er macht, etwas Gutes ist. Und das ist das Krasse hier an der Sache. Was mir oft aufgefallen ist bei diesen Leuten, wenn es um eine Sache geht, die klar und deutlich vom Islam ist, siehst du meistens bei den Leuten, die einer Bida folgen, nicht, dass sie dazu wirklich aktiv aufrufen. Du könntest bei ihnen in der Moschee Jugendliche sehen, die während der Gebetzeit Billiard spielen. Interessiert ihn nicht. Aber wenn der sagt, am Tag von Israel und Miraj, nee, das hat der Prophet a.s. nicht gemacht, bumm, da gibt es auf einmal Ärger, da wird richtig Gas gegeben, ihm klar zu machen, nein, du musst bei Israel und Miraj, warum nicht dieselbe Israel ist die Himmelsreise und Miraj ist die Nachtreise, was angeblich im Rajab gewesen ist und höchstwahrscheinlich nicht im Rajab gewesen ist. So, da sieht man, wie sie daran festbeißen. Dann sagt der Prophet a.s. in einem anderen Hadith, sagt er, und hütet euch vor den Erneuerungen in der Religion. Warum sollen wir uns davor hüten? Es ist eine Sünde und es ist eine Veränderung der Religion. Wir verändern damit die Religion. Der Prophet, und deswegen muss man sich davor hüten, für sich selber, damit die Taten akzeptiert werden, damit man keine Sünde macht und damit man die Religion nicht verändert. Der Prophet a.s. a.s. sagt, letat tabi'unna sumnena makkana qablakum shibren bi shibren, viran bi viran. Ihr werdet den Ummam, den Gemeinschaften vor euch folgen, Handfläche für Handfläche, Elle für Elle. Selbst wenn sie in ein Juhr dabbin, in das Loch von einer Eidechse reingehen würden, ihr würdet reingehen. Was muss man tun, um in das Loch einer Eidechse reinziehen? Das Loch ist so klein. Man muss seine eigene Natur verändern. Und jetzt fragen wir, was, dann haben die Sahaba gefragt, El-Yahud wa Nasar, die Juden und Christen, wer hat seinen Weg, seine Religion so verändert? Dann sagt der Prophet, wer sonst? Wer sonst? Das heißt, wir müssen uns hüten, denn was das Problem war der anderen Ummam, der Gemeinschaften vorher, das ist die Geregion, für einander Jeder hat verstanden, warum es so wichtig ist, sich hiervon fernzuhalten. Und dass es eine Sünde ist und dass man die Religion damit verändert. Etwas, was noch dazu kommt, ist sehr wichtig. Die Bida ist etwas, was die islamische Gemeinschaft schwächt. Allah sagt im Koran, Allah hat denjenigen versprochen, die gute Werke tun, die Glauben um gute Werke tun. Dass er ihnen eine feste Stellung auf der Erde geben wird. Dass er sie zu Khalifen auf der Erde machen wird. Und dass er ihrer Religion eine feste Stellung geben wird, mit der er zufrieden ist. Und dass er ihnen nach ihrer Angst Sicherheit geben wird. Sie dienen mir und gesellen mir niemandem bei. Was ist Gutes tun? Und was ist der wahre Iman? Denn der Anfang der Versprechung ist was? وَعَدَ اللَّهُ لَذِنَا آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ Es ist der Iman, ohne der reine Iman, mit dem der Prophet, a.s.w. gekommen ist. Ohne, dass etwas Neues eingeführt wurde. Und die guten Taten sind die Taten, so wie der Prophet, a.s.w. gesagt hat und gezeigt hat. Und Allah sagt in Sura 18, Vers 110, sagt er, فَمَنْ كَانَ يَرْجُلِكَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا وَلَا يُشْرِكْ بِإِبَادَةِ رَبِّي أَحَدَ Und wer auf die Begegnung mit seinen Herrn hofft, der soll Gutes tun, was es Gutes tun hat, nach dem Weg des Propheten, وَلَا يُشْرِكْ بِإِبَادَةِ رَبِّي أَحَدَ Und in seinem Gottesdienst, Allah niemandem beigesellt. Und das ist übrigens der Hadith, den Imam Nawawi an erster Stelle in den Arba'in Nawawiyah erwähnt. Nämlich, فَمَنْ إِنَّمَ الْعَمَالُ بِنِيَتْ Weil ich die Taten sind entsprechende Absichten. وَإِنَّمَ لِكُلْ إِمْرِ مَنَوَى Und für jeden gibt es das, was er beabsichtigt hat. فَمَنْ كَانَ تِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُورِي فَحِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُورِي وَمَنْ كَانَ تِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ يُسِيبُهَا اُوْ إِمْرَاتٍ يَنْكِحُهَا فَحِجْرَتُ إِلَى مَهَاجَرَ إِلَي Das heißt, weil ich die Taten sind entsprechende Absichten. Jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Der, dessen Auswandlung für Allah und den Gesandten war, dessen Auswandlung war für Allah und den Gesandten. Was hat er zu erwarten also? Den großen Lohn, denn für die Hijra wurden alle Sünden vergeben. Und der, dessen Auswandlung, das heißt dieselbe Auswandlung, dieselbe Tat, von Mekka nach Medina auszuwandern damals, für die Dunja war oder für eine Frau zu heiraten, der hat diesen Lohn, kriegt seine Frau oder etwas von der Dunja, aber der hat keinen Lohn bei Allah zu erwarten. Das heißt, die Taten sind entsprechende Absichten. Das ist die andere große Bedingung der Taten. Aber wir kommen zurück zu dem Hadith, den ich am Anfang erwähnt habe. Hier kommen wir zu einem anderen Problem, was wir haben. Weil ich habe es gerade schon erwähnt, dass der Prophet, a.s.w. gesagt hat, dass ihr dem Weg, von denen ihr vor euch folgen werdet, Handfläche für Handfläche, Elle für Elle. Selbst wenn sie an das Loch einer Eidechse gehen würden, würdet ihr folgen. Da habe ich gesagt, um in so ein Loch hineinzukommen, muss man seine Natur verändern. Da kommst du normalerweise nicht rein. Der hat nicht gesagt, selbst wenn, ihr werdet denen folgen, selbst wenn sie in die Höhle von einem Bär reingehen würden. Weil in die Höhle von einem Bär würdest du auch nicht unbedingt reingehen, weil es gefährlich ist. Aber du brauchst deine Natur nicht zu verändern, um in die Höhle von einem Bär reinzugehen oder in die Höhle von irgendeinem größeren Tier. Der Prophet, a.s.w. sagte, Diese Ummah wird schon 73 Gruppen spalten. Alle werden in der Höhle sein, außer einer. Und dann wird er gefragt. Wer ist diese eine Gruppe? Dann sagte er, Die, die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Ein gewaltiger Hadith. Und in welchem Zusammenhang steht er mit dem Hadith von Aisha, radiallahu anha, in Bukhari und Muslim. Wenn diese unsere Angelegenheit etwas einführt, was nicht dazu gehört, was ist mit dem? So wird es von ihm abgelehnt. Was hat der damit zu tun? Hier haben wir dasselbe Prinzip. Um zu wissen, ob mein Eibäder abgelehnt wird, muss ich schauen, ob ich dem Propheten, a.s.w. folge. Um zu sehen, ob meine Akida, ob meine Amel, ob meine Taten richtig sind, muss ich schauen, basiert das auf dem, worauf der Prophet, a.s.w. basiert hat, und seine Gefährten, handel ich so. In einem anderen Hadith sagt der Prophet, a.s.w. Die beste Gemeinschaft sind meine Gemeinschaft, dann die, die ihr folgt, dann die, die ihr folgt. Die ersten drei Gemeinschaften. Wie heißen die? Die heißen die Salaf. Und dann kommen die Medien. Dann sagen die, ja, die sogenannten Salafisten, und diesen Begriff lehne ich ab und lehnen wir ab. Denn wir lassen uns nicht von irgendwelchen Leuten zur Stigmatisierung Begriffe aufzwingen, die sie selber definieren. Denn sie definieren, was das bedeutet, und wollen einen dann dumm aussehen lassen. Sondern wir sind Muslime, die dem Weg des Propheten, a.s.w. folgen. Die dem Weg der Sahaba folgen. Aber was sagen sie dann? Sie wollen so leben, wie der Prophet, a.s.w. vor 1400 Jahren. Damit wollen sie einen lächerlich machen. Ja, wir wollen so leben, wie vor 1400 Jahren. Das heißt aber nicht, dass wir das Kamel aus der Garage rausholen. Oder dass wir statt dem Handy jetzt Rauchzeichen im Garten machen. Sondern, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn diese unsere Angelegenheit etwas Neues einführt, so wird es abgelehnt. Das heißt, dass wir unsere Religion so verstehen, wie vor 1400 Jahren. Der Prophet war nicht gegen Innovationen gewesen. Bei der Schlacht von Khandak, da kam Salman al-Farisi mit einer Innovation, mit einem Graben. Das kannten die Araber nicht. Der Prophet, a.s.w. hat das akzeptiert. Und die islamische Gewältschaft war die erste globale Wissensgesellschaft. Die Muslime waren nie gegen moderne Erfindungen. Aber sie waren dagegen, dass ihre Eibadat, ihre gottesdienstlichen Handlungen verändert werden. Sie waren dagegen, dass ihre Akkaid, ihre Glaubenslehre verändert werden. Deswegen haben Gelehrte immer Bücher dagegen geschrieben. Aber das ist halt dieser Trick von Medien. Und leider, leider gibt es dann einige Muslime, die den Medien glauben, obwohl sie wissen, dass die Medien schon seit so vielen Jahren nur Unsinn über die... Das ist für mich ehrlich gesagt ein anderes Thema. Aber das ist für mich ehrlich gesagt der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn ist es, wie Muslime, den Medien glauben können, wenn sie über bestimmte Muslime oder bestimmte Gruppen reden, ohne selber zu recherchieren. Ich betone, ohne selber zu recherchieren, weil es kann ja theoretisch möglich sein, dass die Medien auch mal etwas richtig sagen. Aber dass man das einfach blind abkauft und zur selben Zeit könnte man einfach in YouTube den Namen eingeben, der betroffenen Personen oder der betroffenen Gruppen und sich selber überzeugen, ist für mich der helle Wahnsinn. Aber anderes Thema. Dann sagt der Prophet, a.s.w. Wer von euch sieht, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Was ist die Lösung jetzt? Ist die Lösung einfach, jeder macht, was er will? Oder ist die Lösung, jeder ist falsch? Oder ist die Lösung, ich mache einfach das, was meine Eltern gemacht haben? Oder ist die Lösung, ich mache das, was die Mehrheit macht? Der Prophet sagt, wer von euch lebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Also was soll ich dann tun? So haltet euch an meine Sunna und die Sunna geläschte an den Kalifen. Schaut ihr immer dasselbe System. Hadith, dass man den Propheten folgt. Ich kehre zurück, wie hat der Prophet das gemacht? Hadith, mit den 73 Gruppen, die, die auf dem basieren, wie ich und meine, Gefährten. Der Ishma der Sahaba, der Konsens der Sahaba, ein Sahabi kann auch Fehler machen, die Sahaba hatten auch Meinungsverschiedenheiten, aber der Konsens der Sahaba ist eine Hujja, ein Beweis in der Religion. Dann meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiten Kalifen. Adu alayya bin Nawajitha. Beißt auf sie mit euren Schneidenzähnen drauf. Das ist der Weg, um auf dem richtigen Weg zu sein. Das müssen wir also tun, um immer zu schauen, um unsere Taten zu wiegen. Machen wir wirklich das, was der Prophet alayhi salatu salam gemacht hat. Und hier gebe ich euch ein gutes Beispiel auch, wenn ihr mit jemandem eine Dawa macht. Auf nette Art und Weise. Mit einem Muslim. Sag ihm einfach, Bruder, hast du einen Hadith dafür? Ich würde gerne mal nachrecherchieren. Ich mache das meistens immer so. Wisst ihr warum? Weil ich so oft in der ganzen Zeit, wo ich in der Dawa tätig bin, gemerkt habe, dass es vielleicht etwas gibt, was ich nicht kenne. Und wo ich vielleicht gedacht habe, boah, ich bin der Einzige, der Recht haben kann. Es kann gar keine andere Meinung geben. Und dann findet man auf einmal ein Hadith, der anders ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Als ich das erste Mal in Marokko gewesen bin, habe ich mich total darüber aufgeregt, wie die den Adhan gemacht haben. Weil die machen am Anfang den Adhan, die machen nicht viermal Allahu Akbar am Anfang, sondern zweimal Allahu Akbar am Anfang. Ich habe total darüber aufgeregt, kann doch nicht sein, dass die noch nicht mal den Adhan richtig machen. Der Adhan ist doch viermal Allahu Akbar am Anfang. Und dort geht der Adhan, die machen den Adhan dort so. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asharuwa la ilaha illallah. Ich fange dann mit Asharuwa la ilaha illallah und mache nicht viermal Allahu Akbar. Und dann lese ich Sunnah Abu Dawood. Diese Version gab es auch zur Zeit des Profis. Das heißt also auch ein Weg der Sunnah. Aber, warum erwähne ich das? Frag die Leute einfach nach ihrem Beweis. Was ist dein Beweis dafür? Kannst du mir, aber in der Schrift dieser Art, hey, was ist dein Beweis? Was ist dein Beweis dafür? Ja, diese Art und Weise, die kommt unfreundlich rüber. Sondern dass man einfach sagt, Bruder, ich habe das noch nie gehört. Und wie viele Sachen kann es geben, die du noch nie gehört hast. Umso mehr Wissen ich von der Religion bekommen habe, umso mehr habe ich gelernt, dass es Sachen gibt, von denen ich noch nie gehört habe. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, es gibt nur eine Sache, nur so und nicht anders. Und dann kommt etwas, der Prophet, es gibt die Meinung, hat die Hände bis hier gehoben, es gibt die Meinung, hat die Hände bis hier gehoben. Als Beispiel. So. Frage einfach freundlich nach. Ist das von der Sunnah? Damit wir uns vergewissern, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber unser Weg ist auch vor, der Bidda zu warnen. Unser Weg ist auch vor, der Bidda zu warnen. Das haben die Gelehrten gemacht. Das ist das, was der Prophet al-Israel dazu gemacht hat, wie wir das gerade gesehen haben. Und leider gibt es einige Leute, bei denen es anscheinend gar keine Bidda in der Religion geben kann. Du musst hier mal fragen, wo ist bei euch überhaupt eine Bidda? Wo gibt es überhaupt bei euch eine Bidda in der Religion? Dann sagt er dann, ihr seid Bidda. Ach echt? Wir sind Bidda? Was ist denn bei uns Bidda? Ja, ihr glaubt nicht an Karamat. Doch, wir glauben an Karamat. Ja, ihr glaubt nicht daran und daran. Bei ihm gibt es gar keine Bidda in der Religion. Wenn du so eine Gruppe siehst, bei denen es gar keine Bidda gibt, praktisch, gar keine Tat, weil hier, was haben wir eben gesehen? Men amila amelen leysa leh amrun afuhurat. Wer eine Tat macht, für die es von uns keinen Befehl gibt, eine Tat macht. So wird sie abgelehnt. Das heißt, es gibt Bidda in den Taten, in den Ebedet und es gibt Bidda in den Akkord, in den Glaubenslehren. Wir können darauf noch mehr eingehen, um zu erklären, welche Bidda es genau gibt, welche Kategorien es genau gibt, dass es sechs Dinge gibt, wo die Taten mit dem Weg des Propheten, sechs Kategorien gibt, wo die Taten mit den Taten des Propheten übereinstimmen müssen, et cetera, et cetera. Aber das würde den Rahmen sprengen und vielleicht machen wir das an einer anderen Stelle, vielleicht die Scheinargumente widerlegen von denjenigen, die sagen, es gibt eine Bidda Hassanah, aber das würde den Rahmen heute sprengen. Ich hoffe nur, dass ich euch motivieren konnte, dass wir bei dem, was wir tun, immer schauen, ob es wirklich mit dem übereinstimmt, was der Prophet, a.s.w. gebracht hat. A.s.w. 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 Musik